Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal Mind Cells. Heute spielen wir wieder Badwars mit dem Drake Man. Hallo. So, er ist schon in meiner Party und dann fangen wir jetzt mal eine Duel-Runde an. Wir werden auch jetzt wieder ganz oft rushen und so. Ja. Ich habe auch 100 Wins erreicht. Das ist so cool. Ja. Hier, Drake Man. Die Runde geht jetzt gleich los. Ja. Okay. Und ist ein Server-Lag gewesen? Naja, egal. Okay, der Drake Man hat gerade schon das Bett eingebaut. Wir müssen zu... Okay, super was, super was, ja? Gelb, okay. Oh, man hat gesehen. Hey, es leckt so richtig heftig. Immer diese Ausreden hier. Scherz. Ich habe 18 FPS. 17. Wir bauen uns schon zu gelb. Äh, Dragman's Problöcke. Und wir brauchen TNT. Ich kann aber danach dann wieder. Okay, gut. Ey, ich habe gerade gerade beide gelbe ausgelöscht. Hast du Fireball gemacht oder was? Nö, TNT. TNT. Und ich habe gerade einen Double-Kill gemacht. Äh, zwei feine Filz. Ich habe beide gelben Grad mit dem TNT runtergenockt. Das ist, das ist sehr gut gewesen. Ähm. Okay. Hä, hat's nichts achiger. Okay, dann. Wollen wir uns warten? Oh, 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 oh. Oh, einer ist runtergefallen. Achtung. Ja. Ich bin so tot. Dritte. Ja, gut, gut. Charlene. Ich glaube, der ist doch oben, oder? Ich habe zwei gekommen. Ich habe keinen gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich glaube, aber es wird so ausgehen, ich bin zwei gekommen. Ja, unser Bett weg. Shit. Komm, dafür verlieren wir jetzt ihr Bett. Wenn der jetzt wolltet. Nicht gut, nicht gut. Ah, das zweite Bett wurde, glaube ich, nicht verstört. Aqua lebt nicht mehr. Weiß hat Aqua zerstört. Wir müssen weiter wegnehmen. Hilfe. Hilfe. Der Typ ist aber nicht gewollt. Nein, jetzt geschickt mich wo dazu noch. Ich bin tot. Ja, der sieht richtig gut aus. Shit. Nein, 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 geh weg, geh weg. Hilfe. Ah. Ja, genau. Das ist ein Kombus des Lebens. Der Dragman muss ich gerade leider auf. Deswegen, ähm, nicht wundern, dass er jetzt nicht mehr dabei ist. Aber ich werde jetzt mal weiter allein aufnehmen, ja? Ich hoffe, das ist okay. Und dann spielen wir jetzt mal eine Dua-Runde wieder. Okay. Dafür die letzte Runde. Achso, ich muss ihn gerade noch auf der Party kicken. Äh, ich mache einfach Slash-P leave, weil das geht schneller. Ähm, ja. Okay. Die letzte Runde haben wir gerade zwar verloren, aber ist ja nicht so schlimm. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Also, immer drücke ich F2 anstatt F1. Das ist so blöd von mir. Also, naja, egal. Die Runde hat angefangen. Okay. Hallo Team-Partner. Ähm, ich brauche noch zwei Eisen. Bitte. Gönnen. Ja. Okay, Breezy. Äh. Ähm, okay. Also, das war's ja... Nein, das haben wir keine Blöcke übergelassen. Incoming. Ähm, und das, was gerade passiert ist... Ja, einfach nicht beachten, das ist nie passiert. Okay. Ähm. Ähm. Ja, keiner von denen hat die Idee. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Ähm. Das würde nicht gut enden. Nicht gut. Nicht gut. Bitte geht doch einfach weg. Ja. Ja, komm, das wird's einfach weg von uns. Bitte. Bitte Team-Panda. Kriegst du, ich glaub' von dich. Kriegt Geld? Ja, er hat ihn gekriegt. Und er hat ihn durchgekriegt. Oha. Hey, krass. Voll cool. Ne, ich glaub' der lebt sogar noch. Naja. Komm. Ähm. Ich geh jetzt mit TNT drauf. Schreib... Oh nein, er hat TNT. Incoming. Hä? Warum schreib' ich H? Ja, okay. Einfach da sein. Vielleicht bedeutet's. Ja, okay. Unser Bettschirm. Weg. Oh nein! Jungenu! Was? Nein! Jungenu! Nein! Okay, Slash Up! Los geht's! Okay. Ähm. Krass. Wow. Ähm. Es sind schon zwei Disconnected. Zum Glück nicht mehr an die... Ist das der gleiche Teampartner? Warte. Ich guck kurz im Chat. Yellow Bed. Final King. Daxia. Ne, das ist nicht der gleiche. Ne. Och. Ich glaub' das war der fast gleiche Skin oder irgendwie sowas. Deswegen hab' mich dran erinnert. Ähm. Ich nehm' direkt jetzt mal TNT mit. Weil das sicherer ist. Ja. Ähm. Rot. Ja. Wir müssen da hin. Okay. Oh! Fastbridgen. Krass. Ähm. Ja, so hab' ich auch am Anfang glaub' ich fastbridged. Fastbridged. Die roten sind schon ausgelöscht, weil beide disconnected sind. Schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab' mich grad block saved. Sonst block trappe ich mich sonst immer. Das ist sehr traurig. Uff. Ähm. Kommt wer? Nein. Ab geht's weiter. Ähm. Okay. Beim Diasborner. Ich nehm' sie mal mit, falls wir es überleben sollten. Was? Er hat überlebt? Nein, nein. Was? Ich hab' die TNT doch geplaced. Mist. Hey, ihr habt's gesehen in der Aufnahme. Ich hab's geplaced, oder? Entweder... Ja, das muss weggebackt sein. Mist. Okay. Nochmal. Zum Glück hab' ich ja genug Sachen. Items. Bitte nicht, Grau. Tu mir das nicht. Okay, gut. Shhh. Äh. Ja. Boah, ich hätte den Sprung wirklich fast verkackt. Das... Naja, das wäre nicht so schlau. Oder gut. Ähm. Mhm. Komm, der hat so lebensleben. Wenn ich den jetzt nicht pick... Also, komm. Hätt' ich den nicht gekriegt. Ich muss schnell hochkommen. Ja, der kriegt mich nicht. Haha. Locker ist er jetzt hinter mir oben. Äh. Wie die das nicht merken? Okay. Cool. Oh, gut. Was? Die haben die beide besiegt? Nee, oder? Komm. Nee. Komm. Michael. Freakle. Nein! Ich wollte kein Item safen. Nein! Okay, ich glaub' Pink kommt. Incoming. Pink. I think. Wow, mein Teampartner zerstört grad' jeden einfach. Ähm. Leute, ich bin auch noch relativ neu auf YouTube. Das heißt, es würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem Abo oder einem Like unterstützen würdet. Ja, das würde mich sehr freuen. Müsst ihr aber natürlich nicht. Und... Ja. Ja. Dann... Geht das nochmal weiter. Und... Schreibt doch gerne Server-Vorschläge, Server-Namen, Server-IPs in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren, was ihr gerne so, ja, anschauen wollt. Äh, welches Server ich mal besuchen soll und so... Ja. Ähm, weil dann kann ich auch mal das tun, was ihr so wollt. Es kommen auch täglich Videos von Montag bis Freitag. Also, nicht wundern, dass am, ähm, Wochenende keine Videos kommen, weil... Ja, da krieg' ich's einfach nicht hin. Ja, okay. Dann Trap Triggert. Unser Bett ist weg. Das ist nicht schön. Aber komm. Fell into the void. Was? Kriegen die unser Bett nicht? Oh. Ähm. Ähm. Ja. Okay. Bitte überlebst Teampartner, bitte. Nein, ich hab dich gebraucht. Oh nein. Ja. Noch ein TNT. Die haben wahrscheinlich krass eingebaut. Einfach alles jetzt rausnehmen. Warum bewegt sich meine Maus jetzt so schnell? Okay. Hallo. Okay, Feuerball. Blöcke. Okay, ich bin jetzt ausgerüstet. Wenn die jetzt einen Überraschungsangriff auf mich planen, machen, bin ich gut. Okay. Das geht natürlich auf die neun drauf. Und... Oh. Nein. Nein, nein, nein. Du hast mich nicht gesehen. Ja. Okay. Ich baue mich mal zu der Dia-Insel. Bis gleich. Okay. Ich bin bei der Dia-Insel angekommen. Ähm. Ist das die... Ne, das ist die weiße... Oh. Oh. Was war da grad bei mir? Ey. Irgendwas war, glaub ich, in mir drinnen grad. Oh, ich hab ne Challenge. Achso, stimmt. Ich muss ja meine Quests noch anmachen. Das ist grün, ja. Ähm. Moin. Wie geht's dir so? Moin, Leute. Ähm. Ich bin so böse. Was? Wie? Gut so. Jetzt kommt der andere noch, aber der muss erstmal die Treppen hochlaufen. Vielleicht schaff ich's dann noch. Ey, wenn ich dieses Bett noch zerstöre oder die Runde irgendwie gewinne. Äh. Was nicht passieren wird. Hehehe. Dann. Okay. Nein. Nee, oder? Das ist jetzt... Die haben mich jetzt nicht runter... Gigi. Trotzdem wegen der Karma einfach nur. Und, Leute. Ich seh grad, dass hier ein Hero-Behindert war. Ähm. Hab grad ein paar Screenshots gemacht. Ja. Dann werd ich erst kurz meinen Quests anmachen. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Dur-Runde. So, ich bin grad dabei meinen Quests anzumachen. Ähm. Weekly Bad. Remove. Okay. Dann... Nächste Runde. Und die Runde hat angefangen. Okay. Ähm. Mein Teampartner, AFK. Aber es scheint gleich zu kurz vorhin. Ähm. Ich spiel auch grad wieder mit Lady Mod. Das ist eine sehr coole Mod für jeden Server. Das heißt, es wäre cool, wenn ihr euch die mal runterladen würdet oder anschauen würdet. Die haben auch grad noch ein Sail drinne. Ja. Black Friday Sail halt. Und dann werd ich jetzt komatisches Bett einbauen. Und Bett eingebaut. Sehr schief eingebaut. Okay. Okay. Gut. Jetzt versuche ich mal so ein bisschen seitwärts zu Gorbillen. Schaffe ich ein bisschen. Naja, ein Profi bin ich noch nicht drin. Aber das war ja noch niemand hier da am Anfang. Niemand ist am Anfang direkt ein Profi. Ja. Der hat mir nicht mein Items gestohlen. Ähm. Was? Nein, 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 nein. Geh doch weg. Hahaha. Was? Oh mein Gott. Oh. Ja. Oh mein Gott. Das war so... Oh. Ey. Hätte der dieses Bett gekriegt, das wäre nicht schön gewesen. Ja. Die Blauen machen grad Stress. Oh. Doch nicht. Ich baue mich jetzt mal hoch. Nein, ich habe gleich kein Blöcke. Nein. Ja. Der ist weg. Aber nicht tot. Komm. Angriff. Hat der genug Blöcke? Bitte sag das, wenn du Blöcke hast. Wenn wir jetzt an... Ist der grad... 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 Krass. Okay, ich springe jetzt hier. Das Prinzip. Bitte geh weg. Ja, ich hab dir ein Bett gekriegt. Okay. Ich... Ja, ich hab dir ein Bett gekriegt. glaub ich sogar gekriegt. Weil zwar ein Bett gemoven oder so. Irgendwas so in der Art. Naja. Zum Glück hab ich deren Bett gekriegt. Nichts wirklich. Es passiert so viele Aufnahmen nie. Entweder macht mein Teampartner ein Bett weg oder... Naja. Also ich werde sowas nie schaffen. Habe ich immer gedacht. Aber... Was ist grad passiert? Moin! Einfach einmischen. Das war das Böse von mir. Komm, fall wieder runter. Fall in das Loch, wo du warst. Ja! Mischt euch jemand nicht ein! Nein! Ich wollte grad noch mein TNT setzen. Hätte eh wie so nix gebracht, aber... Naja. Bisschen zum Nerven. Equipped! Okay. Ähm... Das Witzige war, Leute. Am Anfang... Wollten... Hätten ja... Die Grünen fast unser Bett gekriegt. Und was jetzt passiert. Wir haben einfach deren Bett gekriegt. So... Krass irgendwie. Naja. Zum Glück... Sind bald Grüntot. Gut so. Dann werde ich mir jetzt mal hier die Items snacken. Okay. War gar nicht so viel. Naja. Aber ich hab schon mal genug Gold fürs nächste TNT. Dann helfen wir meinem Teampartner hier. Vielleicht gewinnen? Nein! Wir werden diese Runde nicht gewinnen. Oh nein. Ich hab ihn kommen. Ich schreiben soll. Ja! Nein! Ich hab ihn nicht mehr richtig abgeschickt. Nein! Das geht weg! Ja! Er kommt! Kommt er nicht? Nee, er kommt! Doch er kommt! Ja! Ich sollte ihn kommen! Nein! Blue is coming! Sollte ich lieber schreiben? Ich muss den jetzt irgendwie runter machen. Hier! Ja! Hab ihn runter genockt! Okay, gut! Okay. Respawned. Gelb gegen blau. Das wird lang dauern. Sehr, glaub ich. Ich glaub sehr lang. Haut hin. Geh weg! Oh Gott. Hab nix gebracht, dieser Blockserver. Komm! Nein! Genau! Wie hat der das hingekriegt? Wie? Mann! Jaja, egal! Ähm! Weiter geht's! Okay, ich glaub mir jetzt erstmal nur, ähm, ein paar Blöcke. Ja, ich hab genug für Eisenrüttung. Soll ich schnell machen? Ja, hab gekonnt. Ähm, los geht's! Das wird echt spannend, diese Runde. Mach auf dir... Nein! Du auch, als würden gleich unser Bett kriegen. Bitte macht's nicht wahr. Einer weg. Komm gerne weg. Wenn du springst. Ja! Ja! Das sah ein bisschen witzig aus, find ich. Naja, egal. Weiter geht's. Boah, was runtergefallen. Okay. Bleibt in eurer Ecke, Gitter. Oh mein Gott, oh mein Gott! Das könnte jetzt sein! Bitte beudet nicht! Bitte nicht! Ja, die sind doch nicht gewordet. Warum waren wir jetzt klar? Genau dann bin ich bei deren Base und ich, ich kaufe keinen TNT. Fünf. Vier. Nein, schaffe ich nicht. Ich kann alles verstauen. Die müssen sterben. Ja. Komm, das war so klar. Ich nehme jetzt einen TNT mit, doch. Ich werde so einen TNT mitnehmen. Ist jemand da an dem Blauen? Nee. Das wird spannend. Nein. Warte. 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 Ja, genau. Bitte nicht. Geh einfach weg. Du Nudel. Please go. Please go. Ich glaube, das wird auch jetzt die letzte Runde erstmal sein. Und dann gibt's auch morgen wieder ein, ähm, erneutes Video auf diesem Kämmerhand Mindset. Ähm. Nein. Ich hab nicht genug Blöcke. Hab ich nicht. Nein. Nein. Ich hab einen Fallschaden gestorben. Mann. Ja. Hä? Der hat durch mich gebaut. Naja, komm. Schnell. Okay, ich hab genug Blöcke schon mal mitgenommen. Ähm. Mein Team-Partner lebt nicht mehr. Cool. Danke, dass du gestorben bist. Das ist grad nicht hilfreich. Wenn ich jetzt noch durch irgendwas Dummes sterbe. Also. Dann. Sehr. Blöd. Wieder runterlassen. Geh doch weg. Komm. Nein. Hoch. Hoch. Ich muss so hoch. Ganz schnell hoch. Komm. Wenn ich jetzt runterfalle. Low. Tot. Na. Oh. Danke, dass du mir mein Bett stehst. Ich hoffe, Betten zu stehen. Das ist so böse von denen. Denk nicht, dass du an mich ankommst. Tschüss. Komm, boost mich. Okay. Cool. Sehr krass. Sehr krass von mir. Ähm. Das war's dann jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine gute und positive Bewertung da. Wenn nicht, dann nicht. Aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ähm. Das war mein Set. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.